Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von... Minecraft! Aufnahme, nicht Aufnahmesession. Da ist er wieder, der Brain Bird. Guten Tag. Guten Tag. It's sky love between two guys. So, wir wollten auf eine Expedition gehen. Und du wolltest sagen, was für ein McTacture-Pack wir haben. McTacture-Pack-ter. Wir haben Misa's Realistic HD-Pack 46X-Wix. Yeah. Weil so sieht die Welt wirklich aus. Deswegen ist das so realistisch. Wollen wir in meine Höhle, die ich grube? Nee, nicht so gerne. Der Wald ist ganz schön gewachsen, den ich hier angepflanzt hab. Den du hier angepflanzt hast? Ja, klar. Der war fast nichts. Was? Ich hab ihn zu dem gemacht, was er ist. Nee, ich hab hier über 30 so Dinger angepflanzt. Bäume nennt man die auch. Ja, deswegen sieht man hier nicht mehr, wo vorn und hinten ist. Ah! Oh! Du bist ja schwerkraft zum Opfer gefallen. Ja, ich bin tot. Wo bist du denn gefallen? Er ist gefallen. Aber wo und warum? Vom Baum. Weil ich da nicht bin. Au! Verdammter Creeper. Wo ist mein Zeug? Hab ich eingesammelt. Wo ist mein Zeug? Alter, wo ist mein Zeug? Oh, hier ist mein Zeug. Hallo Zeug. Wo bist du denn? Ich dachte, wir gehen zusammen. Ich will. Aua, aua. Du willst aua? Ich werd hier rangenommen. Wo bist du? Wo bist du? Vor unserem Haus bei dem Creeper. Ich seh dich. Ich seh dich. Oh mein Gott. Explodier doch mal, du Sau. So, dann hab ich dich halt so umgelegt. Hallo. Guten Tag. Wo gehen wir hin? Ich habe Hunger. Beißt du etwas von mir ab? Ich habe nur noch ein Steak. Ein Mistake. Wir müssten mehr zu essen mitnehmen. Aber dafür müssen unsere Felder erst mal wachsen. Ja. Pass auf. Das ist mein Zombie. Haha. Hähchen in der Grube. Pass auf, hinter dir. Ah. Saß und schlief. Saß und schlief. Arme Hähchen, bist du krank? Hier gibt es Kohle. Ich habe keine Steinhacke. Kohle. Hier ist Kohle. Nimm mal mit. Warte. Boah, hast du auf Ultra Hardcore gestellt oder was? Ich weiß gar nicht, auf was gestellt ist. Pass auf, Creeper. Aber der will zu dir. Ich will nicht, dass er zu mir kommt. Meine Hacke ist, habe ich noch. Oh Gott, ich habe gar nicht alles eingesammelt. Schnell, wir müssen zu meinen Sachen. Nachts rausgehen ist die beste Idee gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ich komme hier nicht mehr durch den Dschungel. Wer hat den denn hier gepflanzt? Ja, aber echt. Ich fäll mal ein bisschen davon. Damit es hier mal ein bisschen lichter wird. Lafa, lichter, lecker. Otto. Ach, Otto. Ich bin jo allein. Mein bester Freund. Wer ist denn Otto? Der kleine Freund von Benjamin Blümchen. Ach, Stunden. Alter, was ist denn hier los? Es sind ganz schön viele Moppers hier. Da kämpfen gerade zwei. Die kämpfen gegeneinander. Guck mal. Ist ja witzig. Warum machen die das? Ich glaube, weil ich vor denen weggerannt bin und der eine den anderen getroffen hat. Was? Oh, oh, oh. Einer ist tot. Der zweite auch. Sau, Bär. Mein ganzes Zeug ist... Aber ich habe... Ah, ne, hier. Haha. 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 Wollen wir mal hier den dichten Wald ein bisschen undichter machen? Ja, bitte. Wie gesagt, ein bisschen lichter. Es ist egal, wie dicht wir sind, denn Goethe war dichter. Was für ein Sido-Lied ist das denn? Von was anderem. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ach so. Bushido. Ne, ich glaube Jan. Jan Leik ist das, glaube ich. Jan wer? Leik. L-E-Y-K. Ich glaube, von dem ist das. Weiß ich aber nicht. Weißt du nicht, ne? Ne, weiß ich nicht. Dann hör auf, das zu singen. Wer schießt denn hier? Ich nicht. Frag doch mal den Jan Leik. Gib mir ein Leik. Oh, hier fallen gerade Äpfel vom Stamm. Oh nein. Das ist sehr, sehr gut. Den kann ich hier nämlich wegdopsen. Röpst ja direkt mal fett in den Wald hinein. So wie es in den Wald hinein röpst, so röpst du es auch wieder hinaus. Ganz genau. Kommt dir bald so ein Reh entgegen. Ein Reh. Was machst du denn da? Der Creeper. Immer was der Creeper, ne? Immer der Creeper. Creeper sind meine besten Freunde. Ich merke das schon. Ich kriege die ganze Zeit von denen auf den Latz. Was soll das? Warum trägst du auch noch einen Latz? Ich finde das einfach krass. Ich habe keine Axt mehr. So, jetzt ist Tag über. Jetzt können wir wieder nach Hause. Ja. Jetzt können wir mal losziehen. Alter. Apfel. Meiner. Aber ich habe so einen Hunger. Echt nicht. Guck mal, Blümchen. Yay. Guck mal lieber die Blümchen. Da brennt wer. Guten Tag, Herr Brennmann. Oh. Hier war irgendwo der Eingang zu meiner Höhle. Warum ist es deine Höhle? Weil ich sie grub. Ich habe ein bisschen Angst, mit dir in eine Höhle zu gehen. Zurecht. Hier ist ja Savanne. Das sieht ja geil aus. Naja, geil. Ist ein bisschen sehr trocken. Der Baum ist sehr gut gewachsen. Hier ist nur der Eingang. Der Ausgang ist da weiter hinten. Aber wir können uns hier ein bisschen runtergraben. Hier war ich nämlich schon mal. Echt? Echt? Dann habe ich mich da hinten wieder hochgegraben. Hallo? Ja, ja, ja. Willst du mal bitte? Ja. Wenn ich dir was zeige, da hinten geht es wieder raus. Echt? Ja. Das ist ja die schönste Grube überhaupt gegraben. Ich bin echt überzeugt von deinen Fähigkeiten. Von meinen Grubengrab-Fähigkeiten. Was ist das denn hier? Das interessiert mich jetzt nicht. Ich gehe jetzt mal weiter runter hier. Was ist das? Ist mir egal. Es geht kaputt, wenn ich es haue. Oh, hallo, Kuh. Hallo. Bleib stehen, Kuh. Hallo, Kuh. Nein, Kuh, lauf. Lauf, Kuh. Du bist Kuhschubser. Warum kriegst du voll die Achievements, ey? Ja, weil ich voll der Achiever bin. Und ich krieg nie Achievements. Das ist, weil nur die Titan-Leute kriegen Achievements. Titan? Ich bin tight. Ich baue eine Treppe ins Nichts. Oh. Du bist so poetisch. Störgur. Ich muss immer wieder umdrehen, um zu gucken, ob ich alles richtig mache. Ich sammle mal gerade ein bisschen Rohkost. Ja, mach das. Ich hab schon 18 Fleisch. Boah. Echtes? Oder verrottetes? Echtes. Ach so. 22. Ja, hier sind lauter Kühe. Kuh müssen sie zusammentreiben. Oh, was ist das denn? Die Oberkuh. Häschen in der Kuh. Hallo, Zombie. Ich komm wieder raus. Da gibt's nix. Oh, noch ein Zombie. Ich muss ein bisschen aufpassen mit einem halben Herz. Komm her. Komm her. Stirb scharf. Stirbkuh. Der muss mich einmal treffen, dann bin ich leider gestört. Wie ist das denn für ein Tier? Das ist auch eine Kuh. Oh, hier ist so viel Bronze. Kann man das mit Holz abbauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube nicht, ne. Ich mach mal. Schade. Mach mal. Geht wohl nicht, was? Was? Ich kann's schon wieder durch die Welt sehen, weil dein Server nicht alles nachlädt. Höhöhöh. Oder weil mein Internet zu langsam ist, das schnell genug nachzuladen. Das wird's nämlich sein. Kann natürlich auch sein. Ich weiß jetzt natürlich gar nicht mehr, wo das Haus ist. Das ist super. Aber ich hab 26 Fleisch. Doch, so ungefähr weiß ich's noch. Alter, was sind denn hier für Gruben? Wo bist du denn? Ich hab nie irgendwelche Gruben gefunden. Direkt an deinem Loch. Moment. Ich komm mal nach Hause. Ja, da hinten seh ich doch schon mächtig emporragen. Den Penis. Ja, der ragt da mächtig empor. Das ist richtig. Ja, zu Recht. Man sieht es gerade bei mir sehr schön. Schwimm doch, du Lappen. Du Elrond, ey. Das ist unser neues Schimpfwort, das wir gelernt haben. Elrond. Ja, ich laufe heute über den Uni-Campus da in Sims. Natürlich. Und auf einmal höre ich so zwei freundliche jungen Damen mir entgegenkommen und sagen, also sie haben es nicht über mich gesagt. Ja, das denkst du. Eigentlich schon. Da hat der so sich voll Chef gefühlt, wie der seine neue Tasche hatte, ey. Voll der Elrond. Ach, hab ich mich gefreut. Geil. Ich hau hier mal... Erklärt uns das, wenn ihr das kennt. Ist das ein türkisches Wort? Vielleicht? Oder ist es einfach ein Schimpfwort, was wir noch nicht kennen? Elrond? Klingt schon doof ein bisschen. Nee, gar nicht. Unser Haus ist noch sehr spartanisch, ne? This is Sparta! So, jetzt den Rest der Folge. Nee, da muss ich husten. Husten? Husten. Janus, holen. Oh Gott, wie nervt mich diese Radiowerbung, ey. Warum? Ja, weil... Sanustol! Es sind freudige kleine Kinder, die gerne Sanustol schnitten. Sanustol! Sanustol! Das ist eine schöne Musik gerade. Sanustol! Genau die. Wusste doch, dass du die meinst. Oh, hier ist Fleisch, danke. Das, äh, nein, nein, Freundchen, so haben wir nicht gewettet. Wie, nein, ich will, ich hab dir auch schon Fleisch gegeben, ja? Ja, zwei, zwei Stück Fleisch und ich hab jetzt 53.000 da reingelegt. Ich hab vier rausgenommen. Stell dir mal nicht so an. Entschuldigst du mir wohl noch zwei. Ja, hier wird alles auf heller und fennig aufgewogen. Heller von Sinnen. Ja, wenn die aufgewogen wird, dann... Dann aber gute Nacht. Brauchst du was? Von meinem Fleisch? Nee, friss ruhig. Allgemein. Allgemein? Allgemein. Äh, ja, ich brauch Holz. Ich glaub, ich kann auch nicht mehr lange aufnehmen mit meinem Hüsterchen. Ich mein Fleisch. Ich mein Fleisch. Ja, ja, ich hab ja nur Husten. Ich hab ja nur Husten. Hier, das Fleisch kannst du haben. Jetzt wirf dir mit irgendeinem Kackfleisch. Oh, ich kann einen Teppich machen. Was? Was hab ich denn hier überhaupt? Wie mach ich denn dein Bett? Ich habe Leder. Oh Mann, ey. Es tut mir sehr leid. Oh. Oh. Ich kann mir eine Lederhose bauen. Ich hab ein Bett. Oh. Weißt du, was ich hab? Oh. Eine Lederhose oder was? Nein. Nein? Was denn? Na, guck doch. Was ist das denn für ein Lumpen? Bitte geben. Ja, genau. So sieht das aus. Das ist eine mächtige Lederrüstung des Wals. Mit Willenskraft. Da weißt du auch noch, was auf dem Wals drauf ist. Guck mal, was ich für einen Bettbezug hab. Nee, ich muss jetzt Fenster klopfen gerade. Ich geh schlafen. Ich kann nur nachts schlafen. Was ist das denn für eine Lüge? Ich kann immer schlafen. Guck mal, ich hab ein Creeperbett. Ja, zeig. Ja, guck doch. Ach, das ist aber schön. Ey. Aua, hier, bitte, bitte. Da baut der mein Bett ab. Ich glaub's ja nicht. Ja, gut, dass ich mein Schwert hab, mit dem ich hier auf Jagd gehen kann. So, ich könnte jetzt dir noch ein Bett machen oder einen Teppich. Ich glaub, ich mach einen Teppich. Bitte mach dein Bett. Bin ich immer so kalt nachts. Kannst du denn mal, nein. Was? Ja, ich mach dir ganz schnell ein Bett. Sieht leider genauso aus wie meins. Das ist schade eigentlich. Ja. Wir haben einen geheimen Ausgang oben. So, da schläfst du. Ich hab dein Bett auch aufgestellt. Unter der Treppe wahrscheinlich. Ja, genau. Ach, schön. Kannst du noch nachts schlafen? Das ist eine Lüge. Eine dreiste, infame Lüge ist das. Aber wenn ich jetzt morgens aufstehe, dann knall ich erst mal voll mit dem Dez gegen die Treppe. Aua. Was tut dir denn da immer weh? Was tut dir weh, mein Kind? Ich springe immer die Treppe runter. Ach so. So, mir Hahn. Das ist selber schuld. So, was ist denn im Ofen? Lecker. Oh, 16 Steaks. Yummy. Lecker, lecker. Wir brauchen einen zweiten Ofen, glaube ich. Ja, wir brauchen auch eine zweite Dingskarat hier. Wollen wir mal ein Trüschchen. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte doch mal. Ich mach doch gar nichts. Ich sortiere nur gerade ein bisschen. So, mach mal doch mal so. Das muss erst mal reichen. Das muss reichen, muss das. Hast du noch Stein oder so? Hier in der Kiste haben wir drei 64er Steaks. Ja, ich mach nur einen weg. Und dann, was bauen wir uns hin? Was bauen wir uns hin heute mal? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zack, zack. Ich mach jetzt doch noch einen Teppich. Warum kriegst du denn jetzt ein Achievement, bitte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. So, damit ich keine kalten Füße bekomme, hab hier noch einen weißen Teppich vor meinem Bett liegen. Krieg da wieder kalte Füße. Oh, das ist ja voll schön. Einen kann ich dir auch noch geben. Wäre eine Scheine, wenn jemand draufkackeln würde. Hier, du kriegst einen vor deinem Fuß am Ende. Du musst immer nach da aufstehen. Du hinterlässt doch irgendwelche Köthel hier, wenn du läufst. Echt? Ja. Jihihi. Ach ja, ich seh's. Jihihi. Mit den Schuhen gehst du nicht auf meinen weißen Teppich. Ähm, 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 ähm. Was wollte ich denn jetzt grad? Wolltest du einen zweiten Ofen machen vielleicht? Auch, ja. Stimmt. Haben sie recht. Natürlich. Ofen. Oh, guck mal, Achievement. Haie Angelegenheit. Äh, was mach ich, was mach ich denn da immer? Was ist denn mit mir los? Wieso machst du denn eine Haie Angelegenheit? Bei mir stand Haies. Bei mir stand Haie. Wieso kann er mit dir ein SZ machen? Oder ich hab grad nicht richtig hingeguckt. Das kann auch ganz gut sein. Ihr werdet es gesehen haben in dem Video. Video. Ne, Mignon. Mignon. So. Dann machen wir so. Oh, ich hab noch Weizen. Oh, lecker Weizen. Und dein Spinnenauge. Oh, lecker Spinnenauge. So, das nehm ich mit. Ich hab was für dich. Will ich gar nicht haben. Oh. Hier. Ah. Diesmal sogar echte. Nicht die aus dem Garten abgebauten. Hab ich denn jetzt gemacht? Alles kaputt. Höchstwahrscheinlich. Hä? Da ist grad aber was nicht richtig. Ich hab doch. Au. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Irgendwas ist explodiert. Aber hier ist nix kaputt gegangen. Hä? Hä? Wo ist der explodiert bitte? Das frag ich mich auch. Unter der Erde vielleicht? Sie kommen von unten. Äh, den Ofen, den wollten wir noch platzieren. Was wollte ich denn jetzt vor, Mann? Weiß ich doch nicht. George Formel. Ich schlaf jetzt. Oh ja, gute Idee. War schön. Hat Spaß gemacht. Schon vorbei? Ja. Hä? Ich dachte, dann ist die Nacht vorbei. Das wäre schlecht, wenn die Nacht auf einmal vorbei wäre und du wärst noch in der Nacht. Verstehst du? Hallo. Nein. Pfui. Pfui. Ich drücke nicht auf den Knopf aufstehen. Ich bleibe hier liegen. Leg dich da auch mal hin. Vielleicht ist dann die Nacht vorbei. Na komm. Leg dich jetzt hin. Dieses Bett ist belegt. Ja. Von mir. Bitte gehen sie runter. Guck mal hier. Guck mal hier. Wer möchte das bleiben? Halt mir dein Fleisch nicht ins Gesicht, ey. Leg dich da mal hin, ob die Nacht dann rum ist. Liegst du? Ich kann jetzt nur schreiben. Ah. Siehste? Geht doch. Oh. Oh. Habe ich doch hier gewusst. Hast du hier richtig gesagt, ne? Schon ist alles wieder heiter, puppheiter. Ja. So. Ich wollte etwas Dings herstellen. Denn ich mag sehr gerne Dings. Ach so. Dings ist super. Hast du eine Zeit laufen? Ich hab's vergessen. Wir sind auf 20 Minuten. Ach so. Ach so. Ja, du bist der Chef. Ah, ist das nervig. Ja, da siehst du mal, was ich bei jeder WoW-Folge durchmachen muss. Tut mir leid. Ich werde das ändern. Ja, ich würde sagen, wir beenden das hier an dieser Stelle. Mit einem. Was machst du denn da? Erntezuckerrohr. Guck mal nach oben. Da steht der, als würde ihm die Welt gehören. Dabei hat er nur ein Holzschwert. Ich hab ein Steinschwert. Aber Entschuldigung. Wie du mich immer runter machst. Entschuldigung. Und so eine Kuhschubserrüstung. Ich hab auch Leder. Kann ich mir damit auch was machen? Es reicht jetzt. So. Wir beenden das jetzt für heute. Tschüss. Haha. Lederhose. Ach so. Ja, gut. Okay. Okay, liebe Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Es würde mich sehr freuen. Auch, auch. Auch, auch mich. Auch, auch ihn. Äh, ja. Dann bis dann. Und tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.